Erneut habe ich viel experimentiert, um die Entwicklung meines Granulatextruders weiter voranzubringen. Die Mechanik des Prusa MK4 habe ich insofern modifiziert, als ich die Materialzufuhr nun doch an der Vorderseite angebracht habe. Der Grund hierfür ist, dass das feine Pulver, das ich momentan als Rohmaterial verwende, nicht so schön rieselt, wie das von mir zuvor verwendete Granulat aus geschredterten Fehldrucken. Ferner habe ich den originalen Kraftsensor des Prusa in die Mechanik integriert, um das automatische Leveln des Druckbets nutzen zu können. So gerüstet können nun größere Teile als die von mir bislang gedruckten Kettenglieder angefertigt werden. In Sachen Extruder habe ich eine neue Röhre angefertigt. Am oberen Ende habe ich mit einer Rundfeile zwei Kerben gefeilt und die Oberkante mit einem Einschnitt versehen, um den Eintritt des Granulats in den Extruder zu verbessern. Weiterhin habe ich so einige Varianten an Schraubengeometrien angefertigt und getestet. Als problematisch hat sich herausgestellt, dass eine geringe Eintauchtiefe, also Länge der Schrauben zu sehr schön gleichmäßiger Extrusion führt, dabei aber als Begleiterscheinung jedoch allzu starkes Stringing auftritt. Dieses verschwindet, wenn die Schraube länger gemacht wird, dann allerdings sinkt die Druckqualität sichtbar. Das Problem ist die mangelnde Präzision bei meinem handgemachten Extruder. Je tiefer die Schraube eintaucht, umso stärker macht sich ein unrunder Lauf bemerkbar, da beim Rumeiern mal mehr, mal weniger Material extrudiert wird. Taucht die Schraube allerdings nicht tief genug ein, wird das Material beim Redrack nicht aus dem Extruder herausgezogen. Mit einer Variante, die einen guten Kompromiss zwischen möglichst gleichmäßiger Extrusion bei nicht allzu stark ausgeprägtem Stringing darstellt, zeige ich im Folgenden den Druck eines weiteren Benchys. So einige davon habe ich im Verlauf meiner Tests bereits gedruckt. Ich erspare mir während der Drucksequenzen jegliche Kommentare, öffnet Augen und Ohren und urteilt selbst. Ein Kolorg ברzelsius In Liefer Aus Of Vielen Dank. 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 Vielen Dank.